hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute spiele ich einfach mal eine runde battle royale in agario auch noch ganz interessant zu wissen für die leute die es noch nicht wussten dass man die tokens hier also diese mützen kann man hier auch in so einem man hat hier so eine karte quasi so ein level bauen kann man auch sagen und da könnt ihr die dann für verwenden und einsetzen und könnt euch dann hier noch extra loot abholen sage ich mal und jetzt einfach mal eine runde battle royale ich muss natürlich noch warten bis das spiel losgeht und hoffe dass das hier nicht so komisch verpackt bleibt ich will auch ganz ehrlich sein ich habe bis jetzt einfach noch kein video gemacht und ich will auch einfach mal ganz ehrlich sein ich mache hier heute einfach eine schnelle battle royale runde werde weil ich meinen daily upload aufrecht erhalten will und bis jetzt noch kein einziges video habe für morgen und dachte mir kommen dann mache ich einfach eine schnelle runde battle royale deshalb kann ja auch alles passieren wenn ich früh sterbe dann ist das so und wenn ich spät sterbe und wenn ich gewinne wäre das natürlich noch viel cooler ich würde sagen ich versuche mal schnell eine neue runde denn hier das hier ist ja irgendwie verpackt das sieht immer noch so komisch aus hier sehen wir aber wenigstens andere spieler und jetzt gleich geht der kampf auch los ich hoffe das sieht dann nicht mehr so komisch aus doch so komisch sieht es immer noch aus kann ich jetzt nicht ändern wie gesagt jetzt schnell fertig wie noch was ist das denn für ein mist egal ist halt so ich könnte spiel ich könnte spiel natürlich auch neu starten aber ich habe jetzt keine lust so was zu machen denn wie gesagt es soll nur ein schnelles kurzes video werden damit ihr überhaupt was zum gucken habt bringt ja auch nichts wenn ich gegen die bande fahr ich frage mich wenn vielleicht gleich die richtige zone kommt ob dann dieser grafik bug weg ist komisch auch dass es noch nicht mal weggegangen ist wenn ich rausgegangen bin hier haben wir einen recht großen typen der mit uns team will das möchte ich aber nicht denn hier im bett royal kann es natürlich nur einen gewinner geben und jetzt gleich kommt die zone auch jetzt kommt die richtige zone anscheinend ja ich sehe die richtige zone gar nicht das ist natürlich chillig das ist sehr sehr cake für uns sage ich mal und wir werden jetzt wahrscheinlich auch aus diesem grund gegessen werden da gibt es ein bisschen was zu holen das versuchen wir uns auch zu holen bleiben hier immer noch auf abstand von dem großen der wird sich jetzt wahrscheinlich splitten und uns holen schade die runde ist verloren aber ich hoffe das video hat euch trotz grafik pack gefallen lasst gerne ein like und ein abo da ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal b Vielen Dank.